So ihr Lieben, da haben wir doch was, juhu, da haben wir was in der Scheune gefunden, da ist ein Boot drunter, Achtung, also, jo. Sag mal, Albert, was meinst du denn? Ja, pack mal aus, pack mal aus, oder? Beim nächsten Mal hier. Absolut. Da ist ein Boot unter der Folie. Steht jetzt hier schon seit, seit 10 Jahren. Wie steht das hier? Ja, das ist schon, ich sag, Schäffe, komm mal. Warten? Ja, hier. Und? Das ist fast wie Weihnachten, oder? Ähnlich. Ähnlich. Ist fast so kalt wie an Weihnachten. Aber? Ja, das nicht, aber auf jeden Fall unten Kiel. Bruder. Ja, Langkiel. Fast, ja fast. Ja fast. Bruder mit einem Skeg. Ja. Das, was heute fehlt. Und wir haben da mal dran geklopft, das fühlt sich massiv an. Leute, bleibt dabei. Sehr gut. Wir packen das Ding bei nächster Gelegenheit mal aus. Ciao. 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 Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.